A 2.2. Zeigen Sie durch Rechnung, dass für die Länge der Strecke DE gilt. DE sind 5,78 Meter. So, zuerst mal überlegen, wo liegt die Strecke DE. Das ist diese hier. Dann nächste Überlegung, wie kann man die berechnen. Dafür suchen wir einen Dreieck, wo diese Strecke DE drin liegt und von dem wir möglichst viel kennen. Da bietet sich jetzt nun das Dreieck ADE an. Ja, und nächste Überlegung, ist dieses Dreieck rechtwinklig? Nö, also funktioniert nur der Sinussatz oder der Kosinussatz. Für den Sinussatz bräuchten wir zwei Seiten und zwei Winkel. Wir haben zwar zwei Seiten gegeben, aber kennen nur einen Winkel. Für den Kosinussatz bräuchten wir drei Seiten und einen Winkel. Aber wir sehen schon, uns fehlt hier die dritte Seite. So, wenn der Fall ist, dass weder Sinussatz noch Kosinussatz funktionieren, heißt es, wir müssen noch irgendeine Zusatzgröße zuerst berechnen. Und man kann es vielleicht an zwei Dingen erkennen, nämlich einmal, dass die Aufgabe drei Punkte wert ist, dass man noch Zusatzgrößen berechnen muss. Und einmal als Tipp noch, ist ein Teilergebnis angegeben. Das heißt, wenn man erstmal überhaupt nicht weiß, wie man da drauf kommt, gucken wir mal, ist ein Teilergebnis gegeben und wenn ja, rechne ich einfach mal dieses Teilergebnis aus. Vielleicht bekomme ich dann die Lösung raus. Also, ich gehe jetzt zuerst auf den Winkel A, E, B. Und wenn wir uns das anschauen, das ist der Winkel hier. Und der liegt auch schön im Dreieck. Von so her wäre der ganz gut, um vielleicht weiterrechnen zu können. So, wieder überlegen wir mal, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel A, E, B drin. Naja, einmal hier im A, D, E, da haben wir gerade schon gesehen, da fehlen uns noch Größen, um damit rechnen zu können. Aber der liegt auch zusätzlich in dem Dreieck A, B, E drin. Und von diesem Dreieck A, B, E wissen wir, es ist nicht rechtswinklig. Von so her gelten Sinussatz und Kosinussatz. Schauen wir es uns an. Sinussatz bräuchten wir zwei Winkel, zwei Seiten. Aber da kennen wir weder diesen großen Winkel hier noch diesen Winkel. Das heißt, Sinussatz geht nicht. Aber wir kennen eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten und ein Winkel ist gesucht. Damit funktioniert der Kosinussatz. So, den finden wir auch in der Formelsammlung auf der Seite 32. Ne, 30 sogar. Und da heißt es, A² ist gleich B² plus C² minus 2 mal B mal C mal Kosinuss vom Winkel A, E, B. Ne, Quatsch. Im Formelsammlung ist es net, da steht Alpha. So, im Prinzip ist es egal, wie die Seiten heißen. Es funktioniert auch mit unseren. Wichtig ist nur, dass wir mit der Seite anfangen, die gegenüber vom Winkel liegt. Also das ist das Wichtigste beim Kosinussatz. Ansonsten einfach die anderen Seiten dementsprechend einsetzen. Also schauen wir nach, das ist unser gesuchter Winkel. Gegenüber liegt die Seite AB, also fangen wir auch mit AB an. Dann folgt. AB² ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, mit welchen man beginnt, ist dabei vollkommen egal. 2 mal AE² plus BE² minus 2 mal AE mal BE mal Kosinuss des gesuchten Winkels AEB. So, setzt man die bekannten Größen ein. AB waren 6. Also 6 Quadrat ist gleich 8 Quadrat plus 10,8 Quadrat minus 2 mal 8 mal 10,8 mal Kosinuss des gesuchten Winkels. So, das kann man jetzt entweder mit Hilfe vom Solverlösen oder per Umformung. Ich mache es jetzt über die Umformung. Zuerst muss ich die Strichumformung ansetzen. Also diese beiden hier, heißt ja plus 8 und plus 8 Quadrat und plus 10,8 Quadrat. Die bringe ich jetzt mit minus 8 Quadrat und minus 10,8 Quadrat auf die linke Seite. Und dann kommt die Punktumformung. Dann teile ich durch alles, was hier vorm Kosinuss steht. So, ich führe jetzt die beiden Schritte gleich aus. Also wie gesagt, das wäre die Strichumformung. Also 10,8 Quadrat. Und da das hier mit mal angehängt ist, muss ich dadurch teilen. Also kommt es hier in den Nenner. So, dann bleibt hier noch übrig Kosinuss von A, E, B. Und um jetzt den Kosinuss aufzulösen, brauche ich jetzt die Umkehrfunktion, also den Kosinuss hoch minus 1. Und ich drehe die beiden Seiten gleich noch um. Dann habe ich Winkel A, E, B. Ist gleich Kosinuss hoch minus 1 von 6 Quadrat minus 8 Quadrat minus 10,8 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 8 mal 10,8. Und das kann ich in den Taschenrechner eingeben. Und dann kriege ich eine Größe von, muss ich nachgucken, 33,17 Grad. Ja, gut, hier oben steht es ja. So, damit kenne ich also den Winkel hier oben. Gut, jetzt überlege ich nochmal, wie ich auf die Seite DE komme. Die da. Wie gesagt, es funktionieren Sinussatz und Kosinussatz. Für den Kosinussatz fehlt uns hier immer noch die dritte Seite. Also können wir den ausschließen. Aber Sinussatz wäre jetzt interessanter, weil wir kennen hier diesen Winkel. Gut, Sinussatz heißt... Schauen wir uns vielleicht erstmal nach. Finden wir auch auf Seite 30. Und der heißt jetzt hier A durch Sinus Alpha ist gleich B durch Sinus Beta ist gleich C durch Sinus Gamma. Also im Prinzip die Seite durch Sinus gegenüberliegender Winkel. Gut, gehen wir nochmal in die Skizze. Hier haben wir unsere Seite, also die Seite DE geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, das wäre gegeben, ist gleich Seite durch Sinus gegenüberliegender Winkel. Diesen Winkel hier haben wir aber noch nicht. Also den bräuchten wir jetzt noch. Aber, da wir diesen Winkel hier AEB berechnet haben, können wir diesen dritten über die Innenwinkelsumme berechnen. Also wir brauchen erst noch den Winkel EDA. Und der lässt sich berechnen, wie gesagt, die Innenwinkelsumme 180 Grad minus den Winkel... Ja, AEB, also der hier oben. Und Minuswinkel, der hier unten, das war der DAE. Setzen wir die bekannten Größen ein. 80 Grad minus die 33,17 Grad. Minus die 45 Grad. Ergibt dann ein Winkel von 101,83 Grad. Und damit kennen wir alle drei Winkel. So, und damit können wir jetzt auch endlich den Sinussatz ansetzen. Also, wie gesagt, De ist gleich De durch Sinus von 45 Grad ist gleich AE durch Sinus von 101,83 Grad. So. Also, De durch Sinus gegen überliegender Winkel. Das war der Winkel DAE. Ist gleich AE durch Sinus gegen überliegender Winkel. und das war der EDA. So, setzen wir die bekannten Größen ein. De ist ja gesucht. Durch Sinus von 45 ist gleich AE, das waren 8 Zentimeter. Durch Sinus von 101,83. Ja, der da. So, das kann man jetzt entweder in den Solver eingeben und auflösen lassen oder per Umformung nach auflösen. Ähm, ich mache es über Umformung. Hier schaffe ich jetzt erst die Sinus von 45 auf die rechte Seite. Ja, im Bruchstrich heißt das nichts anderes als geteilt. Also kriege ich das mit mal Sinus von 45 auf die rechte Seite. Und dann heißt es hier DE ist gleich 8 durch Sinus von 101,83 mal Sinus von 45. Das lässt sich ganz normal in Taschenrechner eingeben. Und dann kommt eine Länge von ungefähr 5,78 Metern raus. Und dann hätten wir die Strecke DE endlich berechnet.